Nach 18 Jahren absoluter Mittelmäßigkeit, konnte ich endlich glänzen. Ich war der geborene Vampir. Es ist wunderschön. Wir haben die gleiche Körpertemperatur. Ich hatte nicht erwartet, du wärst noch so... du. Ich muss ein Verbrechen melden. Die Cullens haben etwas Furchtbares getan. Sie ist meine Tochter. Die Volturi-Glauben-Renesmee ist ein unsterbliches Kind. Sie wurde geboren, nicht gebissen. Sie wächst jeden Tag. Du meine Güte. Unser Geheimnis zu bewahren, hat jetzt oberste Priorität. Was ist los, Alice? Die Volturi. Sie greifen uns an. Wenn die Wahrheit ans Licht kommt, werden uns die Volturi vielleicht anhören. Meine Familie ist in Gefahr. Ich brauche eure Hilfe. Wir stehen zu euch. Wir sind an eurer Seite. Ziemlich viele rote Augen hier. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas geschieht.